... wird vergeben an Monika Agathe Linke für Essen kauft nichts. Wir haben den Segel an. Foto, Riffen, wo kann man das? Du kannst das jetzt nicht mehr hochgelassen. Ich bin nur die Frau mit der Idee, wir sind garantiert die größte Gruppe hier im Saal. Ich fasse alle hier, zwei Darsteller und alle, die dieses Projekt unterstützt haben, da haben viel Spaß gehabt. Wir auch. Wir wollten noch hinterherrufen, was sie bekommen. Ein, wenn man schon tauchen muss, ein Navigationsgerät. Waterproof. Mindestens. So, ein weiterer Grimme-Post wird vergeben an Ulle Borski für Springung des Goliaths. Ach, das ist wieder ein Tier, das ist wieder ein Tier. Hey! Er ist doch rausgekommen. Er muss jetzt was sagen. Ich muss eins. Erstmal vielen Dank, dass Sie hier so viel, also wie soll ich sagen. Ich wollte euch kurz unterhalten. Leider habe ich das Problem gehabt mit der Technik, nicht immer. Ich mache seit drei, vier Jahren Gelegenheit TV und habe sogar zehn Tage zu ihren rechten Film-Material. Und das möchte ich immer überprüfen, ich habe immer Zeit lang geguckt. Ja. Ich möchte einfach hier, ich habe hier alles von mir. Danke. Danke. Ich hoffe, wie wir in den zehn Jahren mal Filmen machen, wir brauchen dann Archiv-Material. Ich habe Tagung, ja, kurz Jahre, das ist. Darf ich Ihnen den Gegenzug, dann bin ich den Urkunden überprüfen. Ich wünsche mir, dass sich der Tag für mich lohnt. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Also, bei Ihnen ist es auch klar, dass der Zufall die richtige Rolle spielt auch, dass ein Navi völlig Sachen hat. Wir haben nichts zu diskutieren. Damit dann muss er rauskommen. So, ein Grimme-Pott wird gegeben an. Das sind Jan Schäfsky für Urbanetics und Ruhrgebiet. Dann können Sie das an der Mitte spielen. Ja, ja. So weit werden wir uns an den Weg. Bald werden wir Ihre Gäste sein in der Jahrhunderttheiler. Wir freuen uns schon jetzt darauf. Sie sollten das sich nicht entgehen lassen. Bitte schön. Und was bekommt er als... Ja, der Urbanetics bekommt ein digitales Aufnahmgerät, ein Fotoverkauf. Vielen Dank. Applaus